Boim, 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 ja, boim. Moin moin Freunde und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Radsport Simulator 2017 mit mir zusammen, dem Malte und Karl-Heinz Schneider. Ja Freunde, wie ihr jetzt schon tatsächlich sehen könnt, denke ich mal, ist das von der Länge her keine normale Folge. Denn es ist was eingetreten, das hatte ich beim letzten Mal eigentlich noch wieder verschwitzt gehabt, dass ich beim vorletzten Mal es eigentlich noch auf dem Schirm hatte oder zum letzten Mal hätte haben sollen, nämlich die Vertragsangebote. Ja Freunde, und die ganze Geschichte ist nämlich heute reingeschlittert, einige Tage quasi nachdem wir unsere deutschen Meisterschaftstouren durchgebracht haben, sind wir soweit, dass wir jetzt tatsächlich ein paar Vertragsangebote haben. Und da ich dies nicht ohne euch entscheiden möchte und euch natürlich die Wahl lassen möchte, wie die Karriere von Karl-Heinz Schneider weitergehen soll, wird das Ganze dementsprechend so aussehen, dass wir uns heute tatsächlich nicht um großartige Etappen kümmern, sondern einfach wirklich nur um die strategische Planung unserer Karriere oder der Karriere von Karl-Heinz. Ja Freunde, also wir haben heute zwei Mails bekommen, beziehungsweise drei Mails bekommen, gut, passen Sie Ihren Kalender an, das ist mir egal. Das kann ich eigentlich wegschmeißen, genauso wie das, 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 das und das. Denn für uns, ja, weg, dankeschön. Denn für uns relevant sind tatsächlich nur die Sachen hier rund um den Vertrag. Gut, wir können Vertrag 2018 auch nochmal weggucken. Das können wir auch noch weg, genau. Das ist nämlich das tatsächlich für uns Relevante. Wir gehen nämlich zu den Verträgen und sehen hier also heute dann die Teams, die an uns mehr oder weniger interessiert sind. Ja Freunde, und ihr seht es gleich, also erstens ist die Liste relativ lang, aber ihr merkt auch schon, es gibt hier Unterschiede, viele, viele Unterschiede. Und die sollte ich euch am besten mal erklären, denke ich mal, dass das mal so vielleicht relativ zeitlich jetzt mal der Fall sein sollte, um einfach auch mal zeitweise Gedächtnis auf der einen Seite aufzufrischen, um auf der anderen Seite aber auch einige Fragen zu klären. So, also fangen wir erstmal an. Links natürlich die Teamnamen, da seht ihr schon, ne, also erstmal LKT Brandenburg, unser eigenes Team seht ihr hier. Ihr seht Aqua Blue Sport, die sagen jetzt nicht viel was. Direct Energy zum Beispiel, das dürfte schon wieder für einigen unter euch dürfte es schon wieder mehr sagen. ist eins dieser großen Teams. Damals noch, zu 2017er Zeiten, waren sie noch Continental Pro. Mittlerweile sind sie CIA World. Israel Cycling Academy haben wir hier noch. Nipo, die sagen zum Beispiel auch den meisten. Mittlerweile war es mittlerweile auch aufgerutscht in die CIA World Gruppe. Dann, ja, haben wir noch ein paar andere. Niederland, Lotterie, Nova Sudisk, sagt mir tatsächlich gar nichts. Noch ein belgisches Team, noch ein zweites belgisches Team und, ja, noch Bora Hans Groh, wahrscheinlich der dickste Name hier im gesamten Feld. Ja, wie kommt es, dass ich jetzt sage, dass dieses Team größer ist und dieses Team kleiner? Also nochmal zur Erklärung, ich hatte es sogar tatsächlich in meinen Kommentaren geschrieben vor ein paar Wochen. Nämlich die Division, auf die es hier ankommt. Ich habe jetzt mal Division sortiert. Ihr seht schon, es gibt hier drei verschiedene Divisionen. Divisionen, ich sage mal quasi die drei verschiedenen Ligen, in denen sich die Radsportgruppierungen bewegen, in denen sich die Teams bewegen. So, die unterste Ebene, ich sage mal die Liga 3, wir kommen ja die meisten von euch vielleicht aus dem Fußball, da können wir mehr was anfangen, ist, ja, die Division kontinental. Also die kontinentale Ebene, das ist so das mit den kleinsten Teams, wozu auch unser Team LKT Brandenburg gehört. Dann kommt eine zweite Liga dann quasi, die Continental Pro. Das sind, also währenddessen jetzt zum Beispiel wir einen Vertrag haben, habe ich das hier zufällig irgendwo stehen. Genau, währenddessen wir einen Vertrag haben 2500, damit könnte man zum Beispiel schon einigermaßen leben, gelten die Continental Pro Teams als diejenigen, das steht ja schon für Profi, die das Ganze wirklich auf professioneller Ebene durchziehen. Also, während Continental noch so ein bisschen halb profimäßig engagiert ist, so ist tatsächlich Continental Pro de facto die zweite Bundesliga, an der die Spieler dann tatsächlich auf jeden Fall Profis sind. Genau, das ist dann sozusagen die zweite Liga und halt dann die erste Liga, ganz unten, ihr seht es, die CIO World Tour. Das sind die Jungs, die halt zum Beispiel bei Tour de France mitfahren, die ganz dicken Fische, wirklich die erste Garde unter den Radrennteams. Dementsprechend also, ja, seht ihr schon, also wir haben einmal ein kontinentales Angebot, also de facto Angebot, dann ganz viele Continental Pro Angebote und ein CIO World Angebot. So, und dazwischen gibt es jetzt auch noch Unterschiede. Das hier, die Teams, die alle gelistet sind, sind die grundsätzlich interessierten Teams. Hier kommt nämlich jetzt als nächstes der Zustand zum Tragen. Und da seht ihr, es gibt zwei verschiedene Zustände, einmal Angebot über Agent und einmal Initiativangebot. So, was ein Initiativangebot ist, erklärt sich, denke ich, von selbst. Dieses Team kommt auf uns zu und möchte uns aktiv in ihrem Team haben. Angebot über Agent hieße, dass wir zu ihnen hinmarschieren müssten und ihnen vorschreiben oder ihnen unser Angebot schicken, quasi so eine Art Bewerbung. Wir möchten bei euch mitfahren und hier sind unsere Vorstellungen und guckt mal, ob ihr uns gebrauchen könntet. So, und dementsprechend also haben wir jetzt hier die verschiedenen Auswahlmöglichkeiten. Also ihr könnt schon sehen, ja, einziges Initiativangebot, was wir bekommen haben, ist von Aqua Blue Sport. Der Rest kommt halt alles wirklich über dann Agenten. So, für diejenigen, die sich fragen, also diejenigen, die sagen, okay, Continental Pro, 2. Liga, klar, und CI World, klar, dass die jetzt nicht unbedingt alle so scharf auf uns sind. Könnt ihr euch denken, aber wenn ihr euch jetzt fragt, warum LKT Brandenburg angeboten über Agenten, das kann ich mir wahrscheinlich erklären, dass das Team denkt, dass wir zu gut für das Team sind. Und womit ich mich auch arrangieren kann, gedanklich. Also Karl-Heinz, tatsächlich seine Entwicklung war tatsächlich so gut, so steil, dass wahrscheinlich LKT die Gehaltsforderung eines netten Karl-Heinz-Schneiders wahrscheinlich nicht mehr stemmen kann. Er möchte wahrscheinlich dann in den Profisport rein und das kann halt LKT einfach nicht stemmen, weswegen sozusagen wir sie dann nur kontaktieren könnten, und dann halt über das Angebot des Agenten und dann sozusagen zu einem niedrigen Preis, also AKI, vermitteln, wir wollen unbedingt bei euch weiterfahren. So, und der Rest halt, da müsste man sich selber bewerben, derweil halt bei Aquaboo Sport als einziges Angebot, ein Angebot de facto vorliegt. Genau, so, wie sieht das Ganze aus? Ich kann jetzt nur unschwer auf ein Angebot abgeben klicken, weil ich glaube, dann muss ich tatsächlich ein Angebot abgeben, weshalb wir das nie machen können. Dementsprechend, also ich glaube, dass es so war, ich möchte es jetzt nicht testen, weil sonst geht es nachher schief. Dementsprechend ist das Gehalt tatsächlich jetzt eher so auch der semi-relevante Punkt. Was ich aber tatsächlich auch selber für uns gesagt hätte, für Karl-Heinz, ist es in dem Alter jetzt auch nicht wichtig, so unbedingt total viel Kohle zu verdienen. Ich meine, er ist 19, das ist jetzt noch kein Alter, also ich bin auch 19, deswegen, das ist kein Alter. Und dementsprechend ist, glaube ich, die sportliche Entwicklung diejenige, die an erster Stelle steht. So, und dementsprechend habe ich dann jetzt nachher über die Infokarte, ihr könnt da zwar jetzt schon reinblicken, aber da werde ich euch dann jetzt ein paar Teams zur Auswahl gestellt haben, von denen ich sage, dass halt ich zumindest so über einen Wechsel zu diesen Teams nachdenken würde. So, und dementsprechend würde ich auch glatt mal zu diesen Angeboten kommen, beziehungsweise diesen Interessen kommen, denn wirklich Angebote haben wir halt nur eins. Ähm, ja, welches Team, welche Teams würde ich da rauspicken? Es waren eigentlich schon gerade die Teams, die ich mehr oder weniger genannt habe. Beschäftigung ist zuerst natürlich nochmal mit LKT Brandenburg, also wie gesagt, das Team, wo wir gerade sind, ein reines Nachwuchsfahrerteam. Ihr seht schon so, der Älteste ist noch Woschke mit 25, ansonsten halt eine reine Ausbildungstruppe quasi. Der erste Schritt haben wir hier gemacht. Das wäre ein Team, wo man zum Beispiel sagen könnte, wenn ihr denkt, dass Karl-Heinz noch nicht so weit ist in seiner Entwicklung, dass er lieber nochmal ein weiteres Jahr hier bleiben sollte, wäre das Team LKT Brandenburg sicherlich eine Variante. Müssten wir halt nur mit unseren Gehaltsvorstellungen weiter runterkommen, denen entgegenkommen. Dafür wären wir hier aber euch, das kann ich euch so sicher sagen wie das Arm in der Kirche, der erste Fahrer. Also hier sind wir auf jeden Fall nämlich gesetzter erster Fahrer. Das sieht vielleicht nicht in jedem Team so aus, aber ziemlich sicher nicht in jedem Team so. Ähm, genau, also dementsprechend unsere Rolle wäre hier gesichert, das Gehalt aber geringer und es wäre kein Schritt nach vorne. Dafür aber hätten wir Sicherheiten an der Hand und halt nochmal ein Jahr zur Entwicklung von Karl-Heinz. Dann, ähm, ein Team, was ich halt noch empfehlen würde, wäre dann das erste Continental Pro Team, nämlich Direct Energy, das französische Team. Es hat durchaus viele Fahrer hier unter, äh, Fittiche. Ähm, einige von euch mögen euch davon vielleicht bekannt vorkommen. Ich sortierte jetzt mal ganz kurz nach Gesamtstärke. Also, ähm, Kim Jan zum Beispiel, vielleicht dem einen oder anderen, glaube ich, sogar ein Begriff. Äh, ansonsten, glaube ich, aber auch viel generierte Fahrer, in Anführungszeichen. Ähm, ein Team, ihr seht schon, was sich halt stärkemäßig in einem Bereich bewegt, in denen wir uns eher weiter hinten einordnen würden. Also, wir haben damit eine Durchschnittsstärke von 71. Ihr könnt auch sehen, Bergfahrer gibt es jetzt auch ein paar. Also, wir wären dann so Nummer zwei bis Nummer drei. Also, quasi Ersatz oder der Ersatz vom Ersatz in diesem Team. Vorteil ist natürlich, wir stoßen rein ins, äh, Continental Pro Team. Also, eine Liga höher. Wir verdienen mehr Kohle. Plus, dass wir halt, ähm, tatsächlich in einem Team sind, was auch reelle Chancen hat, mal zu den großen Turnieren zu kommen. Wie Tour de France, wie, äh, Giro, wie Vuelta. So, und dementsprechend also, hier wäre es halt so mehr so die Durchbox-Variante, die wir hier einschlagen müssten. Plus die Tatsache, dass wir natürlich, erinnere daran, selber ein Angebot abgeben müssten. In der Hoffnung, dass man unser Angebot dann frisst. So, also, das wäre halt Initiativbewerbung. Sie wollen uns nicht, wir müssten halt sagen, wollt ihr uns nicht haben. Genau, so viel denke ich dann zu Direct Energy. Also, hier denke ich halt als Fahrer, als Ersatzfahrer oder als Ersatz vom Ersatz sind wir dann erstmal eingeordnet. Dann, das nächste Team, was ich halt auf dem Zettel hätte, wäre halt Nippo. Das italienische Retran-Team. Ihr seht schon, die Fahreranzahl ist hier erheblich ausgedünnter. Ähm, italienische, Entschuldigung. Also, es ist ein italienisch-japanisches Team. Also, de facto ist es ein japanisches Team, aber hat halt einen ziemlich starken italienischen Beigeschmack, wie ihr hier sehen könnt. Ähm, ja, wie komme ich auf das Team jetzt? Ähm, wie gesagt, ist mittlerweile auch ein Team, was tatsächlich den Sprung geschafft hat heutzutage, ne. Ein, zwei Jahre später in die große Szene rein. Ähm, ja, was kann ich zu diesem Team sagen? Ihr seht schon, wenn wir uns hier einordnen würden, wäre das quasi eine Steigung zum LKT Brandenburg-Team, als insofern, dass wir quasi hier fähige Teammates hätten. Das muss man tatsächlich so offen und ehrlich sagen. Das hätten wir tatsächlich erstmal fähige Teammates. Ähm, wir würden wahrscheinlich auch unter die Top... Ich muss mal ganz kurz abzählen, tatsächlich, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ja, tatsächlich, wir würden so unter die Top-6-8-Fahrer fallen. Also, wir würden tatsächlich nicht mal Ersatzmann sein, sondern zur ersten Mannschaft gehören. Dort aber in der ersten Mannschaft dann eine klare Aufgabe kriegen. Also, so Wasserholer, so, ihr wisst Bescheid, ne. Also, ähm, wir würden halt sozusagen dabei sein. Müssten uns aber dann wahrscheinlich voll und ganz in, äh, dem Sinne des Teams einordnen. Und, äh, dementsprechend halt gucken, ob wir dann vielleicht mal irgendwann unsere Chance kriegen, so, in der wir dann was machen dürfen. Ansonsten aber wäre halt hier sozusagen, äh, der Wechsel zu starken Teammates. Beobachten, entwickeln und, ne, gucken, wie es dann weitergeht. Also sozusagen ein gutes Team mit Chancen auf weiteres. Ähm, plus, wo man halt aber natürlich auch hier wieder festhalten muss, wir müssten uns auf sie bewerben und sie wollen uns nicht haben. Dann kommen wir nun zum nächsten Team. Wir haben jetzt bislang drei Teams. Zwei Stück habe ich noch, die ich euch dann noch vorschlagen wollte. Das nächste wäre dann halt Bohrer Hansgrohe. Das wäre halt der Griff wirklich in die harte Schüssel. Und ihr seht, was ich meine. Also, die Jungs kommen wirklich mit, mit Herren an, die können Rad fahren. Die können gut Rad fahren. Und ihr seht hier viele bekannte Gesichter. Peter Sagan hatte letztens erst wieder den tausendsten grünen Trikot, äh, gewonnen bei der Tour. Ähm, Raphael Malka, eigentlich ein klasse Mann in den Bergen. Das muss man auch sagen. Hat jetzt, glaube ich, dieses Jahr nicht unbedingt immer so viel Glück gehabt. Emanuel Buchmann auch, äh, natürlich, äh, jetzt spätestens seit der letzten Folge. Euch geläufig. Markus Burkhardt, auch einer der top deutschen Fahrer. Mittlerweile ist zwar ein bisschen ein Jahr gekommen, aber immer auch sehr ordentlich. Gregor Mühlberger, der österreichische Meister. Pöstlberger auch dabei. Ja, also, das sind, sind auf jeden Fall Namen. Und ihr seht schon, also, es wäre halt der Griff in die oberste Stufe. Wir würden halt, sozusagen, den Step von ganz oben nach ganz oben in einem Schritt vollziehen. Müssten uns gar nicht Jahre noch irgendwo aufhalten. Dafür müssten wir uns hier aber eine Entwicklung entkaufen. Ihr seht das schon. Warte mal kurz überlegen. Ein und siebziger Bereich sind wir. Wir sind dann der, äh, Ersatz, beziehungsweise, ja, beziehungsweise der Ersatz vom Ersatz sind wir jetzt mäßig. Also, wir sind sozusagen quasi die dritte Riege, in der wir uns dann bewegen. Wäre natürlich ein talentierter Fahrrad, der auf Dauer hier dann sozusagen in diesem Team groß werden könnte. Ist halt auch ein deutsches Team. Muss man vielleicht für einen oder anderen auch noch hinzufügen. Ähm, dementsprechend, ja, als auch in der Hinsicht besetzt, so, dass man sagen könnte, ja, ne, Vertreter Deutschlands, so. Vielleicht, falls das den einen oder anderen interessiert. Man würde natürlich auch, denke ich mal, eine gute Stange Geld verdienen. Aber, wie gesagt, halt, die sportlichen Ambitionen sind hier nicht so klasse. Also, wir müssten uns dann wirklich echt lange Zeit erstmal hier durchwurschteln, bis wir hier was Vernünftiges reißen könnten. Genau, also, das wäre sozusagen dazu. Und natürlich müssen wir uns auch hier ganz klar über den Agenten bewerben und gucken mal, ob man uns überhaupt haben möchte. So, und das letzte Team, was ich dann noch euch vorzuschlagen habe, dafür nehme ich aber ganz kurz erstmal einen Schluck aus der Pulle. So, Entschuldigung, ist dann halt Aqua Blue Sport, das Continental Pro Team, das irische Team, was ein Initiativangebot für uns abgesetzt hat. Ja, tatsächlich, also, wir haben halt, wie gesagt, das ist halt das eine Team, was schon mal ganz besonders dadurch hervorsteht, dass es halt sagt, komm her, Junge, wir wollen dich haben, wir brauchen dich, wir haben eine Rolle für dich. Das ist schon mal etwas, was schon mal aus meiner Sicht nicht unwichtig ist. Ich weiß nicht, wie ihr das beurteilt, aber ich fände das schon mal ein dickes Pro-Argument. Ansonsten kann man sich das Team angucken, also, wie gesagt, das wäre halt der nächste Schritt für uns, der nächste Schritt in die richtige Richtung. Wir würden auch hier wieder zumindest ordentlich Geld verdienen, würden auch hier ein Angebot bekommen, das heißt, wir müssen gar keins abgeben, so richtig, sondern würden eins tatsächlich bekommen. Sie sagen, was sie uns sozusagen zahlen würden, heißt, da sind wir halt in der Rolle des, ja, des, wie sagt man das, des Hahnem-Hühnerstalls oder so, keine Ahnung. Also, auf jeden Fall, das Team hat halt Lust auf uns, es wäre der nächste Schritt. Rein sportlich muss man uns dann ganz kurz hier einordnen, sieht das danach aus, jetzt nicht erschrecken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wir sind auf Platz Nummer 8. Also, wir dürften da tatsächlich noch relativ knapp reinrutschen ins Team, also, auch hier dürfte wieder gelten, plus die Tatsache, dass hier nicht alle Bergfahrer sind, dürfte tatsächlich die Tatsache für uns gelten, dass wir knapp ins Team reinrutschen würden. Wir würden wahrscheinlich nicht bei absolut jedem Rennen in die erste Garde stehen, aber im Schnitt eigentlich erste Garde sein, und könnten uns hier dann halt versuchen, weiterzuentwickeln. Und ihr seht auch schon, hier sind auch Fahrer dabei, die sind auch tatsächlich teilweise im besten Alter, manche schon auch wirklich sehr erfahren, haben schon einiges gesehen, wie dieser Herr Nordic hier. Dementsprechend, also, es wäre wirklich halt auch wieder ein Schritt in eine Liga höher, keine zwei Ligen hoch. Eins für die sportliche Entwicklung, wo wir uns halt auch erstmal ein bisschen durchkämpfen müssten, ähnlich wie beim Team Hippon, nur mit dem Unterschied quasi, dass die uns wirklich haben wollen. So, und das sind also dann die fünf Teams, wo ich sagen würde, die stelle ich euch zur Auswahl. Ähm, ich, wie gesagt, würde sagen, in der Infocard oben könnt ihr jetzt darüber abstimmen, welches Team dann Karl-Heinz Schneider beitreten soll. Es ist, vergisst es nicht, wirklich eine wichtige Entscheidung, denn, also, gerade in diesen jungen Jahren ist das mit der Entwicklung ja so eine Sache, ne? Also, wenn du jetzt hier einen falschen Schritt tätigst, das kriegst du später in der Karriere nur schwerlich wieder ausgebügelt. Dementsprechend, also, Freunde, würde ich sagen, entscheidet euch auf jeden Fall weise. Ich, äh, überlasse das euch. Ihr habt tatsächlich jetzt also die Karriere von Karl-Heinz Schneider in der Hand. Dementsprechend würde ich sagen, das dürfte soweit genügen an Worten von meiner Seite aus. Ich habe euch deswegen, als auch wegen einer einzigen simpelen Entscheidung, fast eine Viertelstunde zugequatscht oder sogar noch mehr. Ähm, dementsprechend würde ich sagen, also, ich bin raus für heute. Ich bedanke euch fürs Zusehen und würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn ihr mir eine Entscheidung an die Hand gegeben habt von euch. Gut, dementsprechend euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.